Alter, als allererstes Krokodil gab es ja noch gar nicht. Heiße Flämmchen. Eine Haifischflosse. Ne, ist ne Finne. Fuchsi. Immer rechtzeitig, naja. Was war denn vor? Ich weiß nicht, die Skins-Winny soll ich mir so gar nicht tun. Dino-Tritt. Wie ich meine Kinderkirche. Wie kommt man auf solche Kostüme? Wieso macht man solche Skins? Und dann so ein Rollertraffer. Wow, da ist ein Google drin. Ja. Hey, ist eigentlich ganz cool. Ein Boxer. Und dann haut das Nebel. Ja, war klar. Aber das Game finde ich gut. Nee Mit dem Ding wird auch jeder drum rennen. Was denn? Stufe 62, dieses Leuchten der Hellblau sag ich mir. Ja, das finde ich am besten. Ja klar, das rennt auch jeder da rum. Ja, und die Skins gefallen mir nicht. Maximal dieser Vulkan vielleicht. Ein paar Sachen, die gefallen mir, aber der Jubel, der gefällt mir am besten. Aber sonst sind da zwei, drei Sachen da mit bei von den Skins, die mir gefallen, aber der Rest nicht. So, dann kage ich das mal noch.